Jetzt völlig unabhängig davon ist die Frage, wie wir als Menschen uns zu Menschen entwickeln können. Dafür brauchen wir immer auch die anderen Menschen, und zwar von klein auf. Wir brauchen die Wechselwirkung mit anderen Menschen. Wir brauchen sie zur Sprachentwicklung, zur Denkentwicklung. Wir brauchen sie für unsere sozialen, für unsere körperlichen, für unsere sonstigen kreativen und sonstigen Bedürfnisse. Wir brauchen die Wechselwirkung. Wir sind soziale Wesen. Es gibt Tiere, die sind zwar als Kinder, leben die noch sozial und zusammen mit den Eltern, aber irgendwann sind sie dann Einzelgänger. Es gibt sicher auch bei Menschen, die dann irgendwann sozusagen viele Zeit verbringen, alleine. Ich bin in Portugal viel alleine. Aber ich merke, dass mir das auch was ausmacht. Dass ich jetzt doch anfange, mal mehr danach zu fragen, willst du mich nicht mal besuchen? In gewisser Weise kann man sagen, wir brauchen einander, um auch zu wachsen. Aber das muss nicht unbedingt eine Gruppe sein, das kann lauter Individuen sein. Antwort genug? Antwort genug? Antwort genug? Antwort genug? Antwort genug?